Es ist ein großes Team, es hat mich interessiert und ich fühle mich sehr glücklich, dass der Red Bull, das ist ein großes Team in Austria, dass ich mich gerne möchte. Ich bin der erste Jahr hier in Austria, ich will mir das beste an mir und das beste Team, der Red Bull, der mich interessiert und ich möchte, dass ich das Team zu sein.